ja morgen zusammen wir haben jetzt endlich den 28 dezember heißt also feuerwerksverkauf heute klasse 2 wir haben 16 und ja ich werde in circa einer stunde bei uns zum lidl fahren nur paar kleine sachen einkaufen jetzt nichts besonderes und beim needle werde ich mir die scrollen wir mal gerade die laser holen zweimal und vier packungen von den drei jakubis von wiko das war es dann eigentlich schon und dann hat leider erst ab 8 uhr bei uns der aldi auf muss ich mich schon ein bisschen gedulden und im aldi werde ich mir holen einmal das helios beziehungsweise wiko 100 set für 1,99 für den preis ja kann man ruhig mal holen ist kein thema und dann haben wir das familiensortiment berlin hol ich hauptsächlich wegen den zwei drei schlag raketen die da drin sind und ja wie gesagt aldi und lidl sind bei mir um die ecke norma und kaufland bekomme ich auch noch was das bringt meine mutter aber mit ja und wie gesagt die sachen zeige ich euch nachher noch mal alle in einem unboxing video sozusagen okay bis später